Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu Let's Play Together Mario Kart. Ich bin der JokoTV und mein ebenwürdiger Gegner ist der Nico und wir fangen direkt mal an. So, mal gucken ob ich überhaupt dich bei der Chance gegen ihn habe. Und selbstverständlich nicht. Na Gott, gibt's doch wohl nicht. Ah, fängt doch schon ganz gut an. So und, wir haben ihn überholt, tatsächlich. So und. Ach Gott. Lalalalalalalala. Und. Sammeln wir uns noch ein paar Rubinen und kaufen das gleich danach. Pa bumm. Nein, Scherz. Und. Und. Schwuppdiwupp. Hui, das war aber knapp. Lalalalalala. Ach, wie heißen die nochmal? Ähm, Deko. Doch, gell. Fast. Fast erwischt. Ach Gott. Mist. Ach Gott. Ja, ja. Die schöne Strecke, die du. High Road Piste. Nein. 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 Oh, Mist. Ich weiß nicht gerade so, wie erwartet. Naja, was soll's. Nein, 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 nein. So und. Spockdiwupp. Hier, kriegst der Banane von mir. Wie heißt ich nochmal? Dekoran oder was heißen die, ne? Ach, irgendwas mit Dekostock. aber ich weiß hier da kann man sich einmal raus er ist doch grünen panzer er kommt ich hab die tics nicht gesehen die banane was soll ich mit sowas die super 8 hat mir auch nicht gerade vorhin geholfen hui der war aber knapp nein und da ist er weg so ab ist okay okay er sei ein Peter die er ist einfach er ist auf Speed getritten Junge das kann man sagen was wird der ist einfach nur Speed der Fall nur Speed so der die haben wir noch nicht große drachenmauer mal gucken ob ich da mehr glück habe hey kannst du mich hören warte mal ich denke so ist das mikrofon aus ja ich denke mal so ist das mikrofon aus er muss ja nicht alles bekriegen was ich sage er kann ja später auch im Video gucken yeah Mule City fehlt nur das dass Captain Falcon hier mitrennen kann das wär immer geil da das war auch einer meiner lieben Spiele aus der Zeit aus dem Super Nintendo Zeit alter da schade dass es davon nichts neues gibt wirklich da da nein shitty okay der war gut der war gut so aber so leicht lass ich mich nicht davon jagen auch weil es jetzt gerade eben den Anschein hat aber ich gebe mir Mühe ich gebe mir echt Mühe Besonderheit Nein 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 Oh Gott Scheiße Und naja das war ja mal da 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 also ja das macht echt Spaß das macht Laune, das macht Spaß ob es eigentlich das wird wenn man dann wieder zu Lille an der Fert also in der Cero wurde ja das äh Auto repariert Wo ist der? Der ist ja schon wieder... ...durch auf und teil. Ja, erwischt! Geht auch. Ich hör da was, ich hör da was... Nein, das war voll ich hier nicht runter. Ach Mist! Ja, da fahr ich bestimmt nicht lang. Und... So, und... Ich habe das Gefühl, der klebt eine ganze Zeit... Ich wollte gerade sein, der klebt auch bestimmt eine ganze Zeit hinter mir. Boah... Der könnte aber den Namen nicht gespielt heißen. Aber hier, kriegst du den von mir. Ja... Ja... Ah, ich pop die pop... Ah, da, 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 da... Nein, nein! Mist! Was? Gibt's doch wohl nicht! Hat der einen dreier roten gekriegt? Ich fass es nicht. Oh, jetzt wird es aber schwer, den aufzurollen. Nein! Ja, hier, hier, hier... Ha! Nein! Ah! Come on! Come on! Ich bin der Erster geworden! Boah, das war knapp! Das war knapp! Wenn das nicht mal knapp war, dann weiß ich auch nicht. Also das war echt... Also das war echt... Also das war echt... Das war ich. Atemraumknapp. Ich hab ja mal richtig Glück mit meinen Strecken, wa? Ich krieg die, die ich ausgewählt habe. Aber das bringt mir nicht wirklich was. Ich kenn die nicht ein bisschen. So, das dritte Rennen. Drei, zwei, eins und... Ich verkacke ihn mit. Wie heißt der noch mal? So, hier. Der kennt ihr bestimmt schon jede Strecke auswendig. So. Und wir haben ihn mal überholt. Das ist schon mal ein guter Anfang. Wird Zeit, dass wir da nach... Große Drachenmauer. Oh, ey. Der kriegt immer so rute Sachen. Ich weiß es nicht. Ach, gibt's doch wohl nicht. Doch, hier muss man echt... Ah, Mist. Der war wohl etwas schlecht geplant. Der war schlecht der Timing. Nein. Und so. So. Ach, gut. Wo ist der jetzt schon wieder hin? Ich hab ihn auch noch voll... Wait, war aber knapp. Wut, 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 wut. Ach, Gott. Na ja, das ist jetzt auch nicht gerade so weit geredet. Ich hab ihn verloren. Jetzt fahre ich gerade wie ein blutiger Einfänger. Ach, der Wohlmesser. Ich sehe ihn. Vielleicht hätte ich ihn vielleicht da einsetzen sollen. Ah, doch, Gott. Ah, Mist. Scheibkleister. Scheibkleister. Ah, sie bringen mich nicht weg. Ich wollte bei dir alle nach einer Kurve runterfallen. Hä, warum krieg ich nicht mal sowas wie einen roten? Oh, küsse ich den auch noch hinterher. So, gib mir doch mal Zeit, dass ich hier so weit krieg. Oh, nein. Ah. Aber nur, weil ich zum Ende die roten, die ich nicht habe. Sonst hätte es nicht funktioniert. Sonst hätte es nicht funktioniert. Aber mit dem Super-Epinator. Epo, 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 Epo. So. Nico, wenn du mich hören kannst, ich kann leider jetzt nur noch eben eine Runde, weil gleich gibt es leider Essen. Und dann muss ich eine Pause einlegen. So. Nehmen wir mal die X. So, ich hoffe, er hat die Nachricht verstanden, weil, naja, ist dann leider heute nur, weil ich nur ein Part aufnehme, aber ist gar nicht besser als wir in den letzten paar Runden. Auch wenn es mehr als Glück ist. Letztes Rennen. Wer jetzt gewinnt, gewinnt. Der kriegt Reichtum, Macht und Ruhe. Und sieht nicht danach aus, ob ich den kriege. Ach, Mist. Ey, guck mal, da sind meine Hösche koppelt. Feuer, hat mich an, Jungs. Ich bin Feuer und Flamme. Oh. Hui. Aber ich will nicht sagen, aber der Nico hat gerade ein kleines bisschen eilig. Ach, kipp's auch bei mir. Nein. Mist. Und Nein. Ah, kriegst du denn hier noch dazu. Ah, nein, 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 nein. Und schwuppdiwupp. Nein. Ui, der wäre fast, glaube ich, reingefahren, aber nur fast. Nur dafür ist er in die Kuppe schon bestimmt, der hat gedacht, ah, nein. Ja, ja, ich revidiere meine letzte Aussage und... Ah, ich revidiere meine letzte Aussage und... Ah, ich... So, jetzt hole ich mal einen Tacken auf. Hui. So, jetzt noch so zwei, drei Stück davon, das Feldwarte. Da fährt er gerade, ganz knapp, ganz knapp. Oh, wir haben einen Unentschieden. Einen Unentschieden. Wer kriegt jetzt die Trophäe? Na ja. Ja, Glückwunsch. Ein Unentschieden. Na ja, wer hätte damit gerichtet, dass wir ein Unentschieden hinkriegen. Na ja. Äh, Nico, ich muss leider einmal Schluss machen. Ich hoffe, ihr schautet ihr noch im nächsten Part wieder ein. Bei Likes und Kommentaren würde ich mich sehr gerne freuen. Und ich hoffe, ihr guckt euch auf meinen anderen Let's Play's an.